In den USA läuft die Quartalsaison. Gemischte Zahlen sehen wir da, aber die US-Börsen steigen. Warum, das frage ich jetzt Stefan Risse, den Kapitalmarktexperten vom Vermögensverwalter Akate. Schön, dass Sie hier sind. Ja, wir sehen ja zum einen auch, dass die Zinsen wohl nicht steigen werden, vielleicht sogar im Gegenteil, und dass Aktien von den US-Unternehmen kräftig zurückgekauft werden. Hilft das auch? Die Aktienrückkäufe, wenn man sich mal die Statistiken anguckt, spielen eine extrem wichtige Rolle für den amerikanischen Aktienmarkt. Die Unternehmen selbst sind die größten Aktienkäufer der letzten Jahre. Interessanterweise, Pensionsfonds und normale Investmentfonds haben in den vergangenen Jahren Aktien verkauft. Die hat Mittelabflüsse gekauft. Im großen Stil haben die eigenen Unternehmen und die privaten, die dann eben eher in ETS beispielsweise reingegangen sind, aber der größte Nachfrage sind die Unternehmen selbst. Und die Steuerreform von Trump wirkt nach. Es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterhin Geld aus dem Ausland, was da steuergünstig billig geparkt war, zurückgeholt. Nur es passiert nicht das damit, was die Politik eigentlich angestrebt hat, nämlich es wird nicht investiert, sondern es wird vor allem in eigene Aktienrückkäufe gesteckt, warum ja auch diskutiert wird. Die möglicherweise zu verbieten. Wenn das käme, das wäre ein echtes Verkaufssignal für den amerikanischen Aktienmarkt. Und was die Zinspolitik betrifft, da haben wir zwei Komponenten. Das eine ist die psychologische, die ist jetzt positiv, weil es eine Zinspause gibt. Möglicherweise sogar eine Zinssenkung zum Jahresende oder in 2020, weil diese Anleiheverkäufe, das quantitativ-Titling auslaufen wird. Kurzfristig gesehen allerdings bleibt die Geldpolitik eher respektiv, nicht expansiv, denn noch werden Anleihen verkauft bis zum August in reduziertem Niveau. Das kann immer noch ein bisschen belasten und drücken. Deswegen werden die Börsen nicht wie im ersten Quartal die nächsten drei Quartale weiter steigen, auch die Wall Street nicht. Es geht wahrscheinlich eher nochmal auch deutlicher runter und dann mit Sicht auf Zinssenkung oder schon vorhandene Zinssenkung vielleicht zum Jahresende wieder nach oben. Das könnte ein Szenario sein. Thema Value Investing, das schneidet seit Jahren eher schwächer ab. Können Sie vielleicht kurz erklären, was das überhaupt ist und warum das nicht so performt? Ja, Value Investing verbindet man ja mit keinem Namen so eng wie mit Warren Buffett. Das sind Unternehmen, die nicht irgendeine kluge Idee haben und noch Verluste machen, so a la Tesla, die dann irgendwann ganz großartig werden, sondern Unternehmen, die bereits existieren, die bereits Gewinne erwirtschaften, die Wachstumsraten haben in der Vergangenheit, die man einigermaßen gut nach vorne extrapolieren kann. Das ist Value Investing und man kann das messen zurück bis 1936 an den sogenannten 10-jährigen rollierenden Renditen und dann hat Value Growth den anderen Ansatz, nämlich auf Unternehmen zu setzen, die eben ganz starkes Wachstum haben und die große Zukunftsfantasie haben. Value hat eigentlich immer Wachstum geschlagen als Strategie, gab immer nur ganz kurze Zeitpunkte, wo das besser war, zum Beispiel auf der Spitze der Dotcom-Blase, aber dann brachen ja die Aktien zusammen und dann war Value wieder besser. Jetzt haben wir das erste Mal eine längere Schwächephase bei den Value-Aktien und das liegt unserer Meinung nach nicht nur daran, dass das jetzt ein Modetrend ist, das wieder auf Technologie-Aktien gesetzt wird, sondern dass wir Disruption haben, überall. Diese Burgräben, von denen Warren Buffett gesprochen hat, ja, diesen Schutz vor Konkurrenz liefern, die werden in Lichtgeschwindigkeit teilweise eingerissen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Kraft Heinz, wo Buffett ja eingestiegen ist, heute sagt, viel zu teuer gekauft, ein Konsumunternehmen. Die gehen natürlich nicht unter, aber die sind konfrontiert mit neuen Wettbewerbern. Neue Ketchup-Marken, neue Bier-Marken, die plötzlich entstehen, die früher nie entstanden wären, weil die riesige Listing-Gebühren für die Supermärkte hätten zahlen müssen. Heute fangen die an mit einem Webshop, verkaufen über Plattformen wie Amazon, über eBay, machen eine Social-Media-Kampagne und plötzlich sind die da als Marke und bilden Konkurrenz und sorgen dafür, dass die anderen nicht mehr so stark wachsen und das Wachstum ist ja im Aktienkurs drin. Und wenn das dann runtergesetzt wird, dann gibt es natürlich richtig so einen Einbruch bei den Werten. Wir haben uns im Vorgespräch über Coca-Cola unterhalten. Auch die laufen nicht mehr so rund wie früher, auch ein großes Investment von Warren Buffett, weil die Leute nicht mehr so viel Zucker-Cola trinken. Wir haben festgestellt, wir trinken die Zero-Cola und sind da immer noch die Junkies, aber insgesamt haben auch die leichte Probleme und das sieht man einfach. Und deswegen haben wir bei Acatis den Buffett neu definiert als Buffett 2.0 und haben glücklicherweise eben auch Unternehmen wie Alphabet, die ja keine Tech-Werte mehr sind oder eben eine Microsoft oder eine Apple via Buffett, die mittlerweile auch gekauft hat, drin und konnten diese Value-Schwäche ganz gut umgehen. Es gibt momentan ein bisschen weniger Handelsvolumen jetzt nach Ostern, sind auch noch viele Leute im Urlaub, aber was sollten Anleger tun? Wie sollten die sich positionieren? Also Aktien braucht man einfach, wenn man irgendwie noch ruhig schlafen will. Früher hat man gesagt, wer ruhig schlafen will, kauft Renten, wer gut leben will, kauft Aktien. So, das gilt heute nicht mehr. Sie können heute nicht mehr schlafen, gut schlafen, wenn Sie Renten, also Anleihen kaufen, weil da gibt es keinen Zins mehr und die Inflation ist deutlich höher. Das heißt, Sie haben nur noch negative Realzinsen, Sie verlieren Geld, das machen sich die Leute nicht klar. Trotzdem liegt ja das größte Geldvermögen, liquide Geldvermögen, immer noch auf Festgeldkonten, in Termingeldern, Sparbüchern etc. Das muss da raus, spielt jetzt auch keine Rolle, wo der DAX jetzt steht, internationales Aktienportfolio machen, einen internationalen Aktienfonds kaufen oder meinetwegen auch einen Mischfonds kaufen, der eine Aktienquote hat, aber vielleicht auch noch ein bisschen auf Anleihen setzt. Es gibt ja auch noch Unternehmensanleihen, die Rendite bringen. Das ist absolut notwendig, sonst kann ich nicht vermeiden, dass ich an Altersarmut leide irgendwann oder dass mein Vermögen eben schleichend in der Inflation dahin geht. So, das für diejenigen, die keine Aktien haben. Die, die Aktien haben und voll investiert sind und die Erholung gut mitgenommen haben, denen würde ich empfehlen, Aktienquoten mal runterzufahren. Wer sie verpasst hat, die Erholung im ersten Quartal, auch da soll es ja Leute geben, da würde ich jetzt nicht oben aufspringen. Sell and May and Go Away könnte dieses Jahr vielleicht wieder das richtige Motto sein. Es passt ganz gut. Das ist, wenn man sich anguckt, der April ist ein statistisch sehr guter Börsenmonat, und ab Mai kommen dann die schwächeren Monate. Wir sind sehr, sehr weit gelaufen. Wir haben nach wie vor eigentlich eine restriktive Geldpolitik aus Amerika. Auch die EZB kauft keine Anleihen mehr. Auch hier haben wir keine restriktive Geldpolitik, aber nicht mehr so expansiv wie vorher. Auch die Japaner fahren ein bisschen zurück. Und das führt mich zu der Prognose, dass wir jetzt nicht glatt so weiter nach oben laufen. Es kann auch mal einen schönen Rücksetzer geben, aber die kann man dann wie in den vergangenen Jahren weiter für Käufe nutzen, solange die Notenbanken nicht richtig restriktiv werden. Und das ist überhaupt nicht absehbar, weil die Verschuldung viel zu hoch ist. Bleiben wir in diesem Modus, den wir die letzten Jahrzehnte, wenn Sie so wollen, gesehen haben. Es gibt mal Rückschläge, auch mal größere, aber dann erholen sich die Aktien immer wieder. Und wenn Sie zurückgucken, ab 1982, da begann ja dieser riesige Aktienrallye. Es war eigentlich immer richtig, in den Rückschlägen zu kaufen. Sagt der Kapitalmarktstrategie Stefan Risse vom Vermögensverwalter Akatis. Schön, dass Sie heute bei uns hier an der Frankfurter Börse waren. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer. Schauen Sie auch gerne auf die Webseite inside-wirtschaft.de.